Hallo, hier ist Martin von Money Marquise. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 27.05.2022 und damit eben dann auch den Monatsschluss im Mai. Und der wird jetzt besonders spannend, denn wir sind zum Donnerstag ein gutes Stück nach oben rausgesprungen. Also nicht nur im DAX, auch in anderen Indizes. Auch die US-Indizes sind gut nach oben gesprungen. Und gerade die haben es ja bitter nötig, da mal aus ihrem roten Wochenverlauf auch ein bisschen wieder raus zu kommen, bevor der S&P noch einen neuen Rekord bricht. Und ich weiß gar nicht, so viele rote Wochenkerzen, das gab es seit, keine Ahnung, so lange gibt es mich noch gar nicht, wie es das nicht gegeben hat, was wir dort gesehen haben. Also auch da überverkaufte Situationen könnte man letztendlich sagen. Das heißt, wenn die US-Indizes ein bisschen wieder zurückkommen, kriegt unser DAX natürlich auch Rückendeckung. Das hat man jetzt auch am Donnerstag gemerkt. Da war dort mal nicht so viel Abgabedruck drauf und der DAX hat sich ja ohnehin schon stabil gehalten. Haben immer wieder gesagt, der DAX, der muss nicht unten hin, zurück, den anderen nachmachen. Das muss er nicht. Er kann sich vollkommen frei ohne die US-Indizes bewegen und halten. Und hat das auch sehr gut hinbekommen. Hat auch die neuen Tiefs hier. US-Indizes waren teilweise hier drunter. Hat er einfach sein lassen. Und tigert jetzt hier weiter hoch. Der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, ja, der DAX ist ja jetzt nur gestiegen, weil US gestiegen ist. Wie gesagt, für mich ist das vollkommen okay, wer dem Grundsatz glaubt. Ich finde es nicht richtig, weil der DAX ist ja auch nicht gefallen, weil die US-Indizes gefallen sind. Und das ist ja der Kritikpunkt, den viele an meiner Analyse gemacht haben. Die haben mir die letzten Tage hier viele geschrieben, warum ich denn nicht einfach sage, dass der DAX nach unten fällt. Die fallen doch da so und der DAX müsse doch hinterher. Pusenkuchen hat er nicht gemacht. Fertig. Thema aus. Erledigt. Ja, also wir sind hier die letzten Tage genug drauf eingegangen. Brauche ich jetzt nicht hier länger aussehen. Da haben wir wieder ein kurzes Video und das ist auch okay. Wir haben jetzt von unten kommen, die 14100 überboten. Wir hatten gesagt, wenn die 14100 überboten wird, geht es zur 1470 und zur 14250. Beides haben wir erreicht. Damit ist das mal ein wichtiges Ziel abgearbeitet. Und jetzt wird es heute wichtig. Kriegt ihr jetzt hier Stufen reingeschlagen nach oben. Höhere hochs, höhere Tiefs. Das wird ganz wichtig. Auch wird wichtig. Kann die 14100 von oben halten. Und zum Freitag möchte ich eigentlich ehrlich gesagt sehen, dass es sich über der 14250 halten kann. Das wäre mir recht wichtig, um hier ein bisschen eine bullische Tendenz beizubehalten. Den Bus kann ich vielleicht steigen. Mir wäre wichtig, dass er sich über 250 hält. Ich fände es jetzt nicht schön, wenn er jetzt von, was weiß ich, eröffnet bei 300 oder so. Fällt er den ganzen Tag und schließt die Tageskarte bei 14100. Das fände ich hässlich. Das fände ich auch nicht schön. Das würde mir für die nächste Woche eher Spielraum nach unten geben. Hält er sich hier aber stabil auf der 14250 oder über der 14250. Kann er auch einfach weiter klettern. 14300, 14445, 14600. Das wären dann die nächsten Stationen. Hier oben haben wir auch irgendwo noch ein offenes... Ach ne, das ist noch weiter oben. Das war hier oben gewesen, bei 860. Ja, von daher, hier sind jetzt erstmal keine offenen. Ja, also so 445, 600. Das wären so die nächsten wichtigen Ziele. Die 350, 360 vielleicht nicht ganz vergessen. Nein, die hatten wir jetzt auch immer mal mit drin. Und dafür muss er sich stabil halten. Kippt er weg, dreht er ein. Hat er Support im Bereich von 280 und im Bereich von 100. Die 100, die ist halt echt wichtig. Die muss halten. Die muss wirklich jetzt halten von oben. Wenn die nicht hält, dann ballert es dann auch bloß wieder ganz nach unten. Dann macht die wieder neues Tief drunter. Na ja, und dann geht das ganze Geschieb hier einfach noch eine Etage weiter. Ja, also das... Wir sind jetzt halt hier über dem letzten markanten Hoch. Das sollte halten. Wenn er das nicht halten kann, wenn er den Hoch nicht halten kann, dann wäre das quasi ein Fehlausbruch auf neuem Verlaufs hoch. Und das würde der Markt eher abstrafen. Ja, dann 100 und dann geht das auch tiefer. Ja, aber kann er sich hier gut über 250 halten. Jetzt schön zur Seite auch über 200 halten. Spricht jetzt hier nichts dagegen, dass er einfach weiterklettert. Ja, auch im Tagesschart sieht das gut aus. Ja, ist jetzt außerhalb des Tagesscharts, außerhalb des Abwärtstrends. Die Tagesskerzen geschlossen. Und hier spricht jetzt auch nichts dagegen, hier ein bisschen ans Band oben ranzudrücken. Absolut nicht. Ja, also er muss es nicht tun, aber von der Wahrscheinlichkeit her würde ich dort einfach mehr fokussieren. Aber ich möchte mir jetzt auch den Freitag auf jeden Fall zum Start erstmal angucken. Wie kommt der rein? Ein Freitag gekommen, sogar manchmal öfter ist ein bisschen schwächer rein, drehen sich dann aber doch noch gut auf. Dann gucken wir mal. Ja, aber so von der Chartlage. Man kann jetzt nicht sagen, dass das hier jetzt krasser Bärenmarkt ist und da muss man aufpassen. Also wir haben ja oft genug darüber gesprochen, es ist ja korrektiv hier in der Bewegung. Und sollte er nochmal, hier haben wir auch immer wieder gesagt, sollte er nochmal über die 300 drüber gehen, um das so ein bisschen zu lösen, um da ein bisschen reinzulockern. Und da ist er jetzt eben gerade dabei. Und solange er das macht, lassen wir den jetzt hier nach oben ein bisschen Spielraum. Und ist ja okay, man kann ja mit dem Markt dann, man muss sich ja nicht dagegenstellen. Wenn solche Bereiche hier umklacken wie 14100, dann ist hier ein bisschen Spielraum nach oben gegeben. Gut, ja, mehr kann ich euch gar nicht mitgeben. Wünsche euch dann viel Erfolg, gutes Gelingen zum Freitag. Und dann hören wir uns wieder am Sonntagabend für das Video. Jetzt muss ich kurz aufpassen, es ist Montag. Es ist Montag offen. Ich glaube, Montag haben bloß die Amerikaner zu. Ja, doch, ist so, ne? Ja, die haben irgendwie verlängert, einen verspäteten Feier. Da wartet mal, ich gucke mal kurz. Ich kriege es hier nicht auf. Warum auch immer mein Kalender nicht aufgehen will, aber ich glaube, es ist Memorial Day oder sowas am 30.05. Das heißt, es müsse dann nachgeholt werden. Und damit dürfte der Montag bei US zu sein. Das heißt, das wird, aber das besprechen wir einfach im Video für den Montag dann. Ja, ich wünsche euch schönes Wochenende. Viel Erfolg zum Freitag. Bis Sonntagabend dann. Tschüss. Tschüss.